Willkommen zu einem neuen Video auf Smart Life. Im heutigen Video möchte ich dir die sehr, sehr gute Bermuda BLE-Integration vorstellen. Bermuda BLE benutzt Bluetooth-Proxys, um raumbasierte Anwesenheit zu ermöglichen. Was kannst du unter anderem damit tun? Ich nutze diese Integration, um mir abhängig von dem Raum, in dem ich mich befinde, ein spezielles Dashboard auf meinem Smartphone anzuzeigen, was mir dann direkten Zugriff auf die Geräte ermöglicht, die sich eben in diesem Raum befinden. Und die Integration ist wirklich sehr, sehr gut, weil du zum einen ESP32-basierte Geräte verwenden kannst, aber auch zum Beispiel alle Shelly-Geräte ab Generation 2, welche aktiv Bluetooth scannen können. Und das ist wirklich für mich ein sehr großer Unterschied auch zu ESP-Presence, was ich bisher benutzt hatte und auch sehr, sehr gut funktioniert hatte. Aber ich finde, Bermuda BLE hat das Ganze jetzt noch viel, viel komfortabler gemacht, als auch eben die Gerätebasis erweitert. Das möchte ich dir alles im heutigen Video vorstellen, wie du Bermuda BLE einrichtest, wie du aber auch zum Beispiel dein iPhone verwenden kannst als Gerät, was dir eben die raumbasierte Anwesenheit ermöglicht. Wenn du daran interessiert bist, bleib dran, am kurzen Intro geht es hier los. Viel Spaß mit dem Video. So, dann lass uns hier mal starten, bevor ich dir gleich Bermuda BLE vorstelle. Noch kurz ein paar Worte dazu, welche Integration ich bisher benutzt hatte, um die raumbasierte Anwesenheitserkennung umzusetzen. Und zwar hatte ich hier das Projekt ESP-Presence genutzt, was du auch weiterhin tun kannst. Die Firmware, die ich hier jetzt zwei Jahre im Einsatz hatte, die war wirklich sehr, sehr stabil. Das wird auch weiterhin aktiv supported. Und als Basis hatte ich dann hier genutzt die ESP32-Entwicklerboards. Das ist nur ein Board, was du verwenden kannst. Und das hat, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Aber ich musste eben explizit für diesen einen Zweck, für die raumbasierte Anwesenheitserkennung, dann jetzt hier auf dieses Projekt setzen. Und Bermuda BLE nutzt eben die Bluetooth-Proxy-Funktionalität von Home Assistant. Und ich hatte eh schon noch zusätzlich hier zu den ESP-Presence-Geräten dann Bluetooth-Proxys im Haus verteilt, weil ich eben auch ein entsprechendes Bluetooth-Mesh aufbauen wollte, was eben dann die Reichweite von Bluetooth erweitert. Und zusätzlich, oder neben den ESP32-basierten Bluetooth-Proxys, habe ich auch noch Shellys hier im Haus im Einsatz, die ab der Generation 2 auch aktiv Bluetooth-Scanning ermöglichen. Und damit konnte ich eben dann auf einen Schlag zum einen meine ESP-Presence-basierten Geräte ablösen und meine Gerätebasis dann aber auch verdoppeln, weil ich halt jetzt neben den ESP32-Entwicklerboards dann auch auf Shelly setzen konnte. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also ESP-Presence mit Shelly war, glaube ich, nicht möglich. Aber das ist eben mit Bermuda BLE jetzt möglich. Und damit kannst du eben noch mal mehr aus deinen vorhandenen Geräten rausholen und hast auch am Ende des Tages weniger Administrationsaufwand für jetzt zum Beispiel hier ESP-Presence, was du explizit für diesen einen Zweck jetzt benötigt hast. Falls du bisher weder ESP-Presence verwendest noch bei Bermuda BLE, du dir aber trotzdem hier ESP-Presence anschauen möchtest, verlinke ich dir mein Video dazu, was ich vor einiger Zeit mal aufgenommen hatte. Das ist nicht mehr ganz so neu. Du kannst dabei trotzdem noch anwenden. Was etwas einfacher geworden ist, insofern du jetzt iOS-Geräte tracken möchtest, ist die Einrichtung diese. Das ist aber auch ganz gut hier beschrieben im Bereich der Beacons und dann hier bei iPhone, Pair-to-Retrieve-IRK. Dann hast du hier einen Enrollment-Prozess und das sind jetzt hier sechs Schritte, die du durchgehen musst. Die sind ja wirklich super einfach. Im Prinzip musst du einmal ein Pairing herstellen, der Geräte oder des Gerätes hier mit ESP-Presence. Und sobald du den ESP-Presence hier installiert hast, also Base Station, Install Firmware, das kannst du ganz einfach hier auch über deinen Browser machen, Chrome-Browser zum Beispiel, über die ESP-Webtools. Und sobald du dann hier den ESP dann aufgebaut hast, hast du hier eine Web-Oberfläche. Und hier im Bereich der Devices kannst du das Enrollment anstoßen. Wie gesagt, du musst einmal ein Pairing herstellen, ein Bluetooth-Pairing, und dann wird dein Gerät hier entsprechend für ESP-Presence eingerichtet. Also gar nicht so schwer. Und wie gesagt, ich verlinke dir nochmal mein Video dazu, falls du dir das vielleicht nochmal parallel anschauen möchtest. Insofern du jetzt von ESP-Presence zu Bermuda-Bla wechseln solltest, wie ich das jetzt vollzogen habe, und du iOS-Anwender bist, dann hast du schon mal den Vorteil, dass du den sogenannten IRK, also den Identity Resolving Key, ermittelt hast. Und diesen Key kannst du dir dann direkt aus dem Bereich der Devices rausziehen, hier bei IDs, IRK, und kannst dann damit das zu dreckende iOS-Gerät innerhalb Bermuda-Bla, beziehungsweise innerhalb von Private-Bla anlegen. Dazu komme ich jetzt gleich in den nächsten Abschnitt, wie du das entsprechend konfigurierst. Jetzt soll es dann aber auch um die Bermuda-Bla-Installation und Konfiguration gehen. Der erste Schritt, den wir durchführen müssen, ist das Repository zu Home System hinzuzufügen. Entsprechend bemühe ich jetzt hier den OpenHacks-Repository-Button, prüfe dann nochmal hier, dass die URL zum System passt, wo ich jetzt hier das Repository hinzufügen möchte, und klicke dann hier auf Open Link. Und dann wird mir das Repository entsprechend hinzugefügt, und wir können gleich dann auch hier die Integration installieren in Home System. Vorher noch herunterladen, und nach dem Herunterladen ist ein Neustart erforderlich, was dir auch hier bei den Einstellungen angezeigt wird, Restart, Required, daher führen wir das einmal aus, und dann können wir auch die Integration konfigurieren. Sobald der Neustart dann erfolgt ist, solltest du automatisch im Bereich der Geräte und Dienste die neu entdeckte Integration sehen, dann einmal auf Konfigurieren klicken, hier auf Absenden, und dann wird entsprechend die Konfiguration erstellt, und du kannst dann jetzt hier Bermuda BLE nutzen. Nachdem dann die Karte hier eingerichtet ist, kannst du mit der Konfiguration fortfahren, die sich dann auf zwei Optionen bezieht. Zum einen kannst du die globalen Einstellungen setzen, also wie soll sich Bermuda BLE verhalten, und als nächstes kannst du dann festlegen, welche Geräte sollen gedrückt werden, dafür werden dann entsprechende Entitäten angelegt. Was jetzt die Bluetooth-Proxys betrifft, musst du im Prinzip hier nichts weiter einstellen, du musst halt nur dafür sorgen, dass deine Bluetooth-Proxys grundsätzlich verfügbar sind, und ich möchte dir kurz mal zeigen, wie du jetzt einen Bluetooth-Proxy auf Basis eines ESP32 installierst. Bluetooth-Proxys bekommst du sehr schnell installiert, dafür hat Homesystem eine extra Seite angelegt, die sogenannten Ready-Made-Projects, und auf der Seite kannst du nicht nur Bluetooth-Proxys flaschen, sondern kannst auch hier in Sprachassistent flaschen, auf zum Beispiel hier eine ESP32 S3-Box, oder hier Media Player, oder eben eine leere Konfiguration für ESP32. Wir wollen jetzt aber einen Bluetooth-Proxy flaschen auf einem Generic ESP32 Entwicklerboard, das hatte ich vorhin ja schon mal an die Kamera gehalten, du könntest natürlich auch eines der anderen Geräte verwenden. Und dann musst du im Prinzip nur noch das Board mit deinem Computer verbinden, mit der USB-Schnittstelle, ich nutze zudem hier den Chrome-Browser, und dann klickst du hier einmal auf Connect, und da wird dir auch schon angezeigt, welche Geräte du verbinden kannst. Falls du hier an deinem Computer noch andere ESP32-Geräte, die du gerade hängen haben solltest, und dann jetzt unsicher bist, ja, was ist denn das Gerät, was ich auswählen sollte, dann zieh einfach die Geräte ab, die du nicht verwenden möchtest, umso einfacher wird es dann hier in der Übersicht. Das heißt, dann hier einmal verbinden, und dann jetzt verbindet sich hier das Ganze mit dem Board, und dann kannst du auch schon den Proxy installieren. Damit das auch sauber funktioniert, drücke ich dann jetzt einmal die Boot-Taste, auf dem ESP32 ist entsprechend gelabelt, und da wird der Chip, das Board erstmal gelöscht, und dann der Proxy installiert, sollte so ein, zwei Minuten dauern. Das heißt, einmal hier auf Installieren klicken, vorher die Boot-Taste drücken, Install Bluetooth Proxy Install, und dann wird hier die Installation vorbereitet, und du siehst, jetzt steht hier Erasing, und sobald Erasing dann hier steht, im Installer kannst du auch den Boot-Button loslassen, und der Rest geht von alleine. Danach connectest du das Board einmal neu, und dann bekommst du auch die Option angezeigt, hier deinen Entwicklerboard, deinen Bluetooth Proxy, mit deinem WLAN zu verbinden. Dann wählst du entsprechend dein Netzwerk aus, und gibst das Passwort ein, und dann wird dein Gerät hier in dein Netzwerk aufgenommen. Ist die Netzwerkverbindung hergestellt, kannst du dann zum einen sagen Add to Home Assistant, oder diesen Dialog beenden. Ich springe jetzt mal direkt in Home Assistant, denn das Gerät sollte inzwischen automatisch erkannt worden sein, durch Auto-Discovery, und wenn du dann in den Bereich ESP Home gehst, solltest du hier wie gesagt eine neue Konfiguration sehen. Die müssen wir jetzt dann einmal übernehmen, daher klicke ich Adopt. Dann kannst du hier noch einen Namen vergeben, ich sage jetzt mal ESP Proxy Test. Dann siehst du auch schon, dass ein paar andere Proxys bereits verfügbar sind. Klicke auf Adopt, dann einmal auf Installieren, und dann wird die Konfiguration hier auf deinen ESP32 geschrieben. Und sobald die Konfiguration dann geschrieben wurde, solltest du auch im Log-File sehen, dass hier der Bluetooth Proxy einsatzbereit ist. Ich beende jetzt hier mal das Log-File, Stopp, und dann sehen wir hier auch das neu angelegte Gerät, und du hast im Weiteren dann hier eine Benachrichtigung bekommen. Da klicke ich mal drauf. Ein neues Gerät wurde erkannt, und das ist hier der neu angelegte Proxy. Den müssen wir jetzt noch einmal fertig konfigurieren, einmal auf die blaue Taste, absenden, und dann ist dein Proxy auch einsatzbereit. Du kannst es noch einem Bereich zuordnen, das Gerät, klickst auf Fertig, und hast einen neuen Bluetooth Proxy angelegt. Damit du Shelleys als Bluetooth Proxy einsetzen kannst, ist die Konfiguration wesentlich einfacher. Da hast du hier den Aufwand, das Ganze vorher in deinen Dosen zu vertraten. Aber sobald dein Shelly dann entsprechend in HomeSystem verfügbar ist, gehst du in die verfügbaren Geräte, suchst dir ein Shelly ab der zweiten Generation aus. Ab der zweiten Generation wird die Bluetooth Proxy Funktionalität unterstützt. Klickst hier auf Konfigurieren und stellst um von Deaktiviert auf Aktiv. Klickst einmal auf Absenden, Fertig, und dein Shelly ist einsatzbereit als Bluetooth Proxy. Das war doch wirklich einfach, oder? Um nun Bermuda BLE dann auch zum Leben erwecken zu können, braucht es noch Bluetooth-Geräte, die dann auch mit der Integration getrackt werden. Wenn du bisher ESP Presence genutzt haben solltest, hast du jetzt einen kleinen Vorteil hier an der Stelle, denn du kannst direkt den IRK verwenden, den du im Bereich der Devices in ESP Presence hinterlegt hast, beziehungsweise dort kannst du den auslesen und kannst ihn jetzt hier für die Private BLE-Integration verwenden, die dann eben Bermuda BLE nutzt, um Bluetooth-Geräte zu tracken. Um dann nun dein erstes Gerät erfassen zu können, gehst du in Geräte und Dienste, Integration hinzufügen, suchst nach Private BLE, da ist es auch schon, Private BLE-Device, und sobald du dann hier die Integration anklickst, wirst du auch direkt aufgefordert, deinen Key einzugeben. Ich werde jetzt hier mal den Key von ESP Presence einsetzen, den IRK, werde dir aber auch gleich noch zeigen, wie du über die Schlüsselbundverwaltung an den entsprechenden Remote IRK kommst, falls du die Integration ESP Presence bisher nicht genutzt haben solltest. Meinen Key habe ich jetzt hier eingesetzt, klicke dann auf Absenden, dann einmal auf Fertig, und dann erkennst du an der Bermuda BLE-Integration, dass auch direkt ein Gerät zugewiesen wurde. Ich rufe das mal auf, und du kannst dir die Werte der Sensoren entsprechend schon anschauen. Und wir sehen hier, dass jetzt mein iPhone in meinem Büro hier ist, mit einer Entfernung von, ich sage mal, gut 80 Zentimetern jetzt hier zum Sensor. Was du im Weiteren dann hier in den Geräteinformationen siehst, dass die Sensoren jetzt aus diesem Gerät von der Private BLE-Integration kommen. So siehst du eben, wie diese beiden Integrationen dann auch zusammenarbeiten. Das war dann jetzt der Stelleweg, wenn du bisher schon ESP Presence genutzt hast. Da ist der erste IRK oder dein erstes Gerät, der erste Tracker, schnell hinterlegt. Jetzt möchte ich dir aber zeigen, wie du über die Schlüsselbundverwaltung an den Remote IRK kommst. Hier wird ein etwas anderes Wording verwendet, im Kontext der Integration Private BLE, sodass du hier auch dein erstes Gerät, dein erstes iOS-Gerät anlegen kannst. Die nächsten Schritte, die ich dir nun zeigen werde, findest du in der Dokumentation hier zur Integration Private BLE-Device. Und wenn du auf der Webseite dann etwas herunterscrollst, Link findest du in der Videobeschreibung, ist dann hier die Anleitung, wie du an dein Remote IRK, das ist hier dann nochmal der Name von dem Feld, das du dir dann extrahieren musst, wie du daran kommst, beschrieben über die Schlüsselbundverwaltung auf einem Mac. Als erstes musst du also die Schlüsselbundverwaltung aufrufen, dann musst du auf der linken Seite den Bereich iCloud anwählen, um dann nach Bluetooth zu filtern. Ich habe das dann soweit schon mal vorgefiltert, befinde mich also in der Schlüsselbundverwaltung, habe auf der linken Seite iCloud ausgewählt und dann nach Bluetooth gefiltert. Dann bekommst du hier eine Liste von GU-IDs angezeigt und woher weißt du jetzt, welche dann die richtige ist? Dazu musst du dir die Bluetooth-Mac-Adresse von deinem iPhone heraussuchen. Wenn du dann eine der GU-IDs markierst, dann bekommst du hier in dem Bereich Public entsprechend die Mac-Adresse angezeigt, welche von dieser ID dann verwendet wird und so findest du ziemlich schnell heraus, welches dann der richtige Eintrag ist. Sobald du dann den richtigen Eintrag identifiziert hast, öffnest du diesen, gehst in den unteren Bereich und setzt hier den Haken bei Passwort einblenden und dann wirst du aufgefordert, Benutzernamen und Kennwort von deinem Mac einzugeben. Und dann kannst du dir hier den Inhalt in diesem Bereich anschauen. Das sieht erstmal so aus, als wäre das nur eine Zeile. Da ist allerdings viel, viel mehr drin. Wenn du halt hier mit der Maus reingehst, kannst du hier runterscrollen, durchscrollen. Ich empfehle dir, kopiere dir das einfach alles raus und setze es mal in eine Textdatei. Wenn du den Inhalt dann rauskopiert hast, hast du im unteren Bereich einen Abschnitt, der sich nennt Remote IRK, also genau das, was wir brauchen für die Private BLE-Device-Integration und findest hier entsprechend im Bereich Data deinen Schlüssel, den du benötigst, um dein Gerät jetzt hier in Homesystem anlegen zu können. Ich kopiere mir also den Wert raus, gehe dann zurück nach Homesystem, Gerät und Dienste, rufe wieder die Integration auf, Private BLE-Device und setze dann hier den Remote IRK ein. Dann einmal absenden und das Gerät wird angelegt, fertig. Und so hast du jetzt direkt schon wieder dein nächstes Gerät angelegt mit dem Remote IRK, den du jetzt aus der Schlüsselbundverwaltung extrahiert hast. Das Gerät können wir uns dann auch anschauen. Ich gehe einmal drauf, dann haben wir hier wieder unsere Sensoren für den Bereich, die Entfernung, geschätzte Entfernung und haben hier unsere Tracker-Entitäten bekommen. Du kannst auch hier den Tracker verwenden, um dann den Zuhause-Nicht-Zuhause-Status zu ermitteln. Dazu musst du dann hier den Tracker deiner Person zuweisen. Ich zeige dir das gerade mal. Dazu gehst du in Einstellungen, Personen, rufst deine Person auf und kannst hier im unteren Bereich dann auch hier den Device Tracker hinzufügen. Und insofern du dich von deinem Zuhause dann entfernst, das wird da zum Beispiel dann anhand deiner Smartwatch oder deinem Smartphone gemessen, ändert sich auch hier der Status der Tracker-Entität. Den Dialog schließe ich jetzt hier wieder. Gehe einmal zurück in die Einstellungen, Gerät und Dienste, gehe nochmal hier in die Bermuda-BLE-Integration und dann siehst du im Weiteren hier versteckte Entitäten. Da möchte ich auch mal reinschauen und du erkennst anhand dieser Liste, welche Bluetooth-Proxys deine Bermuda-BLE-Integration bereits erkannt hat. Das sind nämlich zum einen hier unser neu angelegter ESP32, dann ist das hier mein Bluetooth-Dongle, der aktuell hier an der QNAP dranhängt für mein Testsystem, aber auch zum Beispiel der Shelly hier für meine WC-Deckenbeleuchtung. Und so bekommst du hier auch schnellen Überblick, welche Bluetooth-Proxys denn von deiner Integration verwendet werden. Die Werte sind im Standard dann erstmal alle deaktiviert. Aus gutem Grund, wenn du diese alle aktivieren solltest, kann es eben dazu führen, je nachdem, wie viele Bluetooth-Proxys du auch verwendest, dass deine Datenbank ziemlich schnell wächst. Und das kannst du halt vermeiden, indem du hier die Entitäten deaktiviert lässt. Und für die Benutzung der Integration sind sie im Prinzip auch nicht notwendig. Mit den zuvor gezeigten Schritten hast du jetzt erstmal deine Umgebung soweit angelegt, sodass du die anwesenheitsbezogene oder raubbezogene Anwesenheitserkennung durchführen kannst. Im Weiteren hast du aber hier noch ein paar Möglichkeiten, wie du Bermuda-BLE erst nochmal feintunen kannst. Und das geht hier über Konfigurieren und dann globale Optionen, Global Options, also die globalen Einstellungen. Und dann bekommst du hier ein paar Werte angezeigt. Wie intensiv du dich jetzt hier mit diesen einzelnen Werten beschäftigen musst, hängt davon ab, wie du jetzt Bermuda-BLE nutzen möchtest. Ich nutze die Integration jetzt primär zur Anwesenheitserkennung in einem Raum. Es gibt ja aber noch die Sensoren, die sich halt eben mit dem Zuhause-Status beschäftigen, als auch mit dem Entfernungssensor. Und das musst du eben jetzt für dich entscheiden. Und wenn du halt jetzt primär auf die Anwesenheitserkennung in einem Raum abzielst, dann ist sehr stark hier schon mal der erste Wert interessant. Im Standard ist der Wert jetzt erstmal ziemlich groß, also Max Radius in Meters for Simple Area Detection, also der Bereich, in dem hier jetzt die Integration dann versucht zu erkennen, ob Bluetooth-Proxys vorhanden sind und ob dann eben der Bluetooth-Proxy, der amnächst gelegenen und zu deinem Gerät ist, dann entsprechend auch den Bereich im Sensor festschreiben kann. Und wenn du jetzt eher weniger viele Bluetooth-Proxys haben solltest, also nicht in jedem Raum, dann kannst du hier diesen Wert auch runterdrehen, aber es wird eher dann dazu führen, dass du einen Status bekommst unbekannt, weil eben dann hier die Integration nicht mehr die Möglichkeit hat, über einen großen Bereich zu scannen. Von daher, wenn du ein gutes Ergebnis haben möchtest, ist es eigentlich von der Regel her ganz einfach. Versuch möglichst in jedem Raum dann einen Bluetooth-Proxy gut zu platzieren und lass den Radius groß, umso besser wird im Prinzip auch dein Ergebnis. Das ist das, was ich auf jeden Fall jetzt auch in meinen Tests herausgefunden habe. Das heißt, ich habe im Prinzip in jedem Raum einen Bluetooth-Proxy, habe den Radius groß gelassen und bin mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Und das ist für mich auch einer der großen Unterschiede zu ESP-Presence. Da musste ich viel mehr Zeit dafür aufwenden, wirklich die Bluetooth-Proxys gut zu platzieren und dann auch mit den Werten so zu arbeiten, dass eine gute Trennung der Räume stattgefunden hat. Auch insbesondere, was jetzt hier die Strahlung durch Wände und Decken betraf. Das war jetzt hier bisher nach meinen Erfahrungen bei Bermuda BLE gar nicht notwendig. Die Erkennung des nächstgelegenen Bluetooth-Proxys zum Gerät arbeitet wirklich sehr gut. Also der Algorithmus ist hier wirklich sehr gut entwickelt und das hat mich bisher echt beeindruckt. Die folgenden Sensoren haben dann auch erstmal keinen Bezug mehr zur Raumerkennung, sondern gehen eher dann in die Richtung wie gesagt des Zuhause-Status als auch des Entfernungssensors. Also hier kannst du zum Beispiel festlegen, nach welcher Zeitdauer dann dein Device-Tracker in nicht zu Hause umschalten soll und da kannst du einen Wert zwischen 30 Sekunden und 300 Sekunden festlegen. Jetzt ist 30 Sekunden vielleicht etwas knapp. Hier habe ich bei mir im Produktivsystem jetzt mal 180 Sekunden, also drei Minuten eingestellt und da denke ich dann halt an so Situationen, wenn du gerade ein größeres Grundstück hast oder du mal vielleicht raus zu deinem Auto gehst, dich auch mal kurz in dein Auto reinsetzt, weil du vielleicht irgendwas vergessen hast, irgendwas holen möchtest oder was gucken möchtest, was auch immer. Das heißt, du gehst irgendwie außerhalb, bist halt außerhalb von deinem Zuhause, aber nicht weg. Dann möchtest du ja nicht, dass hier sofort immer hier der Status umspringt, obwohl du ja eigentlich noch zu Hause bist. Und um dem eben Rechnung zu tragen, stelle ich jetzt hier tendenziell eher einen größeren Wert ein. Wie gesagt, das hängt natürlich auch von deiner Umgebung ab, aber dem kannst du dann damit Rechnung tragen, dass sich halt dein Zuhause-Status nicht zu früh oder zu schnell ändert. Der nächste Eintrag zum Beispiel, Update-Intervall, beeinflusst, wie oft ein Reading geschrieben wird, wenn du dich von deinem Bluetooth-Proxy wegentfernst. Und grundsätzlich kann man sagen, dass Bermuda BLE so funktioniert, dass wenn du dich auf einen Bluetooth-Proxy zubewegst, auch die Änderungen unmittelbar erfasst werden, im Prinzip im Sekundentakt. Aber wenn du dich von einem Sensor wegentfernst, reagiert Bermuda BLE eher so, dass die Readings weniger schnell oder weniger oft geupdatet werden, weil eben die Erkennung besser darauf ausgerichtet ist, wenn du dich auf einen Bluetooth-Proxy zubewegst. Und auch hier beeinflusst dann die Zeitdauer, wie schnell deine Datenbankgröße zum Beispiel wächst. Von daher ist das, glaube ich, erst mal so im Standard auch ein ganz guter Wert. Und ja, wie gesagt, die anderen Werte beziehen sich dann auch mal hier auf Entfernung. Da habe ich dann auch erstmal alles so gelassen. Und beim RSSI habe ich jetzt auch relativ wenig Zeit darauf verwendet, hier einen optimalen Wert zu finden. Ich habe das einmal ausgemessen. Das heißt, ich bin an einen Bluetooth-Proxy gegangen, habe dann mein iPhone einen Meter entfernt hingelegt und habe dann geschaut, wo sich der RSSI dann einpendelt und habe das dann entsprechend hier hinterlegt. Zum Thema RSSI bekommst du auch noch mal viele Informationen und die Sicht des Entwicklers darauf, der eben sagt, es ist ziemlich schwierig, gerade wenn du viele Bluetooth-Proxys hast, hier den optimalen Wert zu finden. Denn gerade der RSSI ist abhängig von vielen Faktoren, wie zum Beispiel, ob jetzt sowohl dein Transmitter als auch dein Receiver in einem Gehäuse drin sind, wo genau die Antenne platziert ist, wie die ausgerichtet ist, wie die Geräte zueinander sich sehen, welche Umgebungsbedingungen noch herrschen und so weiter und so fort. Also es gibt viele Einschlussfaktoren, die eben den RSSI beeinflussen und einen Wert pauschal für alle Geräte festzulegen, sagt halt eben, der Entwickler ist ziemlich schwierig. In der Zukunft soll es dann so sein, dass du pro Receiver jeweils einen Wert festlegen kannst, was die Genauigkeit natürlich dann deutlich verbessert und damit auch die Auswertung, ob das Gerät oder du dich jetzt in einem spezifischen Raum befindet. Damit du nun auch siehst, wie ich bei Muda BLE in der Praxis verwende, jetzt mal einen Blick hier auf mein Dashboard und das ist jetzt mein Dashboard für das Smartphone, was du daran erkennst, dass es erst mal sehr klein ist, also der Abschnitt sehr klein ist mit wenigen Entitäten und auch wirklich nur ein Raum angezeigt wird, nämlich gerade der Raum, in dem sich hier das Gerät befindet, nämlich mein Büro. Und da ist es mein Ziel, zum einen eben mit dem wenigen Platz auszukommen, der auf einem Smartphone-Display vorhanden ist, aber mir auch nur Karten anzeigen zu lassen, die dann eben oft genutzt werden oder die dann eben kontextabhängig benötigt werden. Und ich möchte dir mal zeigen, was das bedeutet. Ich gehe jetzt hier in den Bearbeitungsmodus und habe mir dann für die verschiedenen Räume Abschnitte angelegt. Wenn du daran Interesse hast, was das genau bedeutet mit den Abschnitten und welche neuen Möglichkeiten du hast, dann verlinke ich dir nochmal ein Video dazu. Das hatte ich gerade zuletzt aufgenommen, wo ich intensiv und detailliert auf die Möglichkeiten der Abschnitte eingehe, die du hier im Bereich einer Ansicht findest, nämlich hier unten die Option Abschnitte. Um die Abschnitte an sich soll es jetzt aber nicht gehen, nämlich vielmehr um die Bedingungen. Und wie arbeite ich jetzt hier mit dem Raum? Ich sage halt ganz einfach, wenn ich mich im Büro befinde, dann soll auch nur dieser Abschnitt angezeigt werden. Und das machst du hier über das Stiftsymbol. Hier kannst du dann sagen, Sichtbarkeit. Und als Bedingung lege ich dann fest, wenn jetzt eben der Sensor erkennt, dass mein iPhone sich hier im Büro befindet, dann soll halt eben nur dieser Abschnitt auf dem Display angezeigt werden. Und genauso mache ich das noch für einzelne Karten, denn du siehst, ich habe hier noch weitere Karten eben mit in diesem Abschnitt drin, wie die Heizungssteuerung. Und die soll dann nur angezeigt werden, wenn eben dann die Jahreszeit Herbst ist oder die Jahreszeit dann Winter ist. Und genauso habe ich das hier mit dem Media Player gemacht. Hier sage ich dann, wenn eben Musik abgespielt wird, dann soll auch die Steuerung auf dem Smartphone angezeigt werden. Und wenn ich jetzt wieder aus dem Bearbeitungsmodus rausgehe, siehst du dann auch das Ergebnis, dass eben diese Bedingungen jetzt für die Heizungssteuerung als auch für den Media Player nicht erfüllt sind. Und dementsprechend kompakt bleibt dann hier auch die Karte. Und so habe ich hier wirklich aus meiner Sicht einen ziemlich guten Use Case für die Kombination aus Bluetooth Proxys, Bermuda BLE, also der Anwesenheitserkennung in einem Raum und nutze eben dann die Möglichkeiten der Abschnitte als auch die Möglichkeiten mit Bedingungen zu arbeiten. Das soll es dann soweit gewesen sein für das heutige Video. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert hier von Bermuda BLE, konnte damit wie gesagt meine ESP32-Geräte ablösen, die nur einen Zweck hatten, nämlich raumbasierte Anwesenheit mit ESP Presence. Und dadurch, dass ich jetzt eben die Bluetooth Proxys verwenden kann, die ich eh schon im Haus hatte, aber darüber hinaus eben auch die Shelleys, habe ich jetzt nochmal viel mehr Räume auch einbinden können, um hier meine raumbasierte Anwesenheit entsprechend ausbauen zu können. Und das Ganze funktioniert sehr, sehr gut. Es läuft stabil. Von daher gebt dem Entwickler auch gerne hier einen Stern für das Projekt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung. Und dann werden auch andere YouTube-Interessierte hier auf dieses Video aufmerksam. Damit unterstützt du mich auf jeden Fall. Vielen Dank schon mal dafür. Wenn du neu sein solltest auf meinem Kanal, solch noch andere Smart Home-Videos in der Zukunft nicht mehr verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da, aktiviere dann noch die Glocke, dann bekommst du jetzt mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade, was dann auch in der Regel einmal in der Woche passiert. Vielen Dank dann fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dann wünsche ich dir alles Gute. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Die Sendung wurde live untertitelt.